So, jetzt haben wir Bordsfahrt gemacht. Inselbesuch. Jetzt gehen wir auf andere Insel. Schön auf den Strand. Jetzt haben wir hier solche Liegen mit. Eine richtig geile Strecke dahin. So, extra für uns Parade. Wenn wir kommen oder erscheinen, machen die extra nur für uns. Da-Dang. Bärenrunde. Ganz schön heiß in so einem schwarzen Anzug. Bei 31 Grad Hitze. 31 Grad heute. Richtig heiß. Und die haben so einen schwarzen Anzug. Guck mal, wie geil das Ganze ist hier. So, 20 Minuten Fußmarsch. Wir haben die Insel erreicht. Jetzt nur einmal über die Brücke. Und dann können wir uns mal schön einen abschillen. Wir haben die Insel. Für was? Für den Strand. Erster Strand dieses Jahr. Ja. 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 So, jetzt haben wir es so schöner liegen. Die kann man hier einstellen. Und schön schädeln. Das Meer ist da hinten. Aber da will ich erstmal nicht hin. Es ist brechend voll. Ja. 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 Genau. 八. Ja. Ja. Vielen Dank.